Ganz kurz, wir machen jetzt ein Unboxing von der Goodiebox aus August, falls irgendjemand aus der Zukunft mal nach so einem Video schaut und dann denkt der, es ist August und ich packe die Goodiebox August aus, okay? Also einfach so tun, als wäre nichts. Bis gleich! Hallo, einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, einen tollen Start ins Wochenende und eine wunderschöne neue Woche wünsche ich dir. Je nachdem, wann du dieses Video schaust, such dir einen Satz aus. Ich bin Dani und ich nehme dich mit in meine kleine Auszeit. Wir haben wieder ein kleines Unboxing vor uns und zwar aus Skandinavien. Die liebe Goodiebox ist da. Rums, rums, rums. Die Profis wissen, die hat etwas Verzögerung. Das ist nämlich meine Goodiebox August. Ich packe sie noch mit euch aus. Hat sich ein bisschen verzögert bei mir, aber der Wunsch war da. Also machen wir das. Euer Wunsch ist mein Befehl. Wir schauen jetzt mal gemeinsam rein. Ich bin gespannt, ob der QR-Code noch funktioniert. Drückt die Daumen. Ich vermute nein. Wir werden es sehen. Ach, das ist nicht schön gerade. Achtung, nochmal Satisfying. Ja, so ein bisschen, ne? So ein bisschen. Das ist das gute Stück. Wir sind mal gespannt. Erstmal sieht es weiß aus. Was ist denn die Goodiebox? Eine Schubladenbox, dass ihr euch eine Kommode machen könnt. So wie hier. Meine sehr geehrten Damen und Herren. Sehr verehrten Damen und Herren. Sie kommt aus Skandinavien, Dänemark. Und wir haben hier gerne mal, die kennen wir schon, skandinavische Marken dabei. Heißt ein bisschen was anderes. Und können auch mal andere Sachen entdecken als immer nur aus den deutschen Boxen, die auch Drogerieartikel haben etc. Wir haben Pflege und manchmal auch Make-up, heißt dekorativer Kosmetik dabei. Wir haben einen Preis, der sich erhöht hat, leider ihr Lieben. Wir sind jetzt bei 22,95 plus Energiepreispauschale. Die beträgt 1,62 Euro. Und damit sind wir bei fast 25 Euro im Monat. Das einmal kurz zur Verwarnung. So sah die Box im August aus. Ne, es ist tatsächlich so. Ich dachte gerade, es liegt an mir. Es ist hier ein bisschen optisch getäuscht. Sieht aus wie koreanische Beauty. Aber die Box hatte ich schon mal. Haben wir sie hier im Hintergrund? Nö, ne? Dann habe ich sie wohl verschenkt. Und ne, wisst ihr was? Da ist sie. Seht ihr sie? Seht ihr sie? Natürlich, ihr seid doch schlau. Da ist sie. Sieht gut versteckt, ne? Und wir schauen mal, was sie uns diesen Monat bringt. Ihr könnt sie günstiger bekommen. Ne, die nicht. Ihr könnt eine Welcomebox günstiger bekommen. Für den halben Preis nämlich. Indem ihr meinen Link unten anklickt. Und dann zeige ich euch kurz, was in der aktuellen Welcomebox drin ist. So sieht sie aus. Das bekommt ihr dann für ungefähr 12 Euro. Und da stellen wir uns erstmal das gute Stück hin. Was bringt uns denn der August? Hier haben wir einen Flyer drauf mit einem QR-Code. Oh, diesmal ist noch mehr drin. Mensch, hatte ich ja noch nie. Ein HelloFresh-Gutschein. Yes. So sieht es dann aus. War das respektlos? Also wenn ihr das gut findet, sehr gerne. Aber ich habe genug davon. So, der ist jetzt auch nicht aus dem Fenster geflogen. Heißt, ich könnte ihn sogar noch benutzen. Aber erst mal scanne ich mit euch den QR-Code. Und schau mal, ob es noch funktioniert. Na, 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 na. Drückt mal alle die Daumen. Das ist die Box, die im September kam. Denn wir sind hier in der Vergangenheit und packen eine August-Box aus. Aber das weiß keiner. So, wir schauen aber mal. Denn wir können uns die Box trotzdem ansehen, weil wir uns vergangene Boxen anschauen können. Und gehen in die Let's Cooldown-Box. Das klingt doch gut. Wir haben hier eine Box zum Runterkühlen. Denn sie ist für den August gedacht. Und da ist ja in Deutschland Hochsommer. Wenn es heiß hergeht, ist es an der Zeit, sich mit der Let's Cooldown-Box abzukühlen. Diese kuratierte Kollektion ist ein Sommerticket für eine erfrischende und verjüngende Beauty-Auszeit. So sind wir mal gespannt. Also, so sehe ich jetzt aus. Nach dem Video bin ich stark verjüngt. Wir sind gespannt. Hier ist schon mehr dabei. Aber ich lese euch nur den letzten Satz vor. Tauche ein, entspanne dich und lass deine Schönheit in einem kühlen, erfrischenden Glanz erstrahlen. So, da sind wir mal gespannt. Sehr gut, wir können uns also die Produkte noch anschauen. Das machen wir gemeinsam. Das Papier ist schon kaputt. Aber das stört uns nicht. Wir sind motiviert. Okay. Da sehen wir Produkte. Und zwar als erstes Scone. Aber ich sehe hier keinen Scone. Eventuell sehen wir die Produkte hier doch nicht. Let's Cooldown-Box zeigt mir diese Produkte. Und davon ist keins in meiner Box. Yeah. Soll ich mal schauen, ob ich hier eine Box finde, die aussieht wie diese Produkte? Das wäre so schön, wenn ich einfach, au, euch ein schönes Video, das professionell aussieht, machen könnte. Das tat mir weh. Dankeschön dafür. Wir probieren uns noch mit einer anderen Box. Die ist jetzt aber für den August. Das hätte ich gar nicht flüstern brauchen, ne? Egal. Beauty-Best-Friend-Box. Da ist sie. Wir haben die Beauty-Welt erkundet. War was? Nö. Ich fange jetzt mal an. Um dir Produkte zu bringen, die dir den Rücken frei halten. Genau wie eine BFF. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir sind alle cool. Wir wissen, was BFF bedeutet. Cool und alt, denn der Begriff ist, glaube ich, gar nicht mehr so schön aktuell. Aber das ist in Ordnung für eine Beauty-Box. In der Box dieses Monats geht es um die Essentials, die dir den Tag retten und deine Beauty-Routine noch besser machen. Von SOS-Must-Haves bis hin zu Heldenprodukten sind diese Produkte mehr als nur Hautpflege oder Make-up. Sie sind deine treuen Begleiter auf dem Weg zu deinem besten Aussehen und Gefühl. Und dann sieht die Box auch aus wie unsere Box. Das ist doch der erste Erfolg des Tages. Ich bin mal gespannt. Klingt auch ein bisschen wie, kannst du immer dabei haben, also vielleicht eine Travel-Size für die Handtasche. Wir sind gespannt. Als erstes haben wir aber etwas relativ Großes von Canapai. Ein sehr glänzendes Teil, was ich nicht lesen kann. Skincare, ja. Also klimabreite Klima. Wie heißt denn das? Also das ist eine Skincare-Marke, die sich ums Klima kümmert. So, ne? Klima-Aware. Wie könnte man das denn auf Deutsch übersetzen, ihr Lieben? Ich schaue mal in die Beschreibung. Eine Face-Cream. Okay, wir haben also eine Gesichtscreme. Und ich lese mal eben unauffällig vor. Ultra-Feuchtigkeitsspendendes Protein- Süßwasserpflanzen-Extrakt. Und wir haben mit der Ultra-Feuchtigkeitsspendenden Protein-Boosting-Creme. Hier ein echtes Juwel, ne? Angereichert mit Seerosen, Orangenblüten, Orchideen und Jojoba-Extrakten. so wie Hyaluronsäure. Postert sie feine Linien auf und sorgt für eine traumhafte pralle Haut. Okay. Theoretisch sollt ihr 72 Stunden lang eure Haut mit Feuchtigkeit unterstützen. Aber bitte wascht euch zwischendurch. Ist doch ein bisschen lang. Ich schaue mal eben. Das macht Spaß heute. Und niemand wird merken, dass wir gar nicht mehr August haben. So. Sieht die Creme aus. Oh. Und sie riecht wie eine Creme, die ich im Notfall benutzen würde. Aber mehr auch nicht. Ich glaube, sie riecht eigentlich gar nicht schlecht, aber es ist nicht meins. Wie riecht das? Wie alter Kaugummi. Also Kaugummi. Ein fruchtiger Kaugummi. Aber der ist schon gekaut und klebt irgendwo. Ist das fies? So. Eine Face Cream. Okay. So. Soll sie nach was riechen? Was soll das sein? Inhaltsstoffe. Ne, ist jetzt nicht viel Flour-Extrakt. Ja, okay. Hm. Gut. Nächstes Produkt. Jetzt wird es schön. Okay. Jetzt werden wir professionell. Wir haben eine Mascara von Comdé. Comdé ist die Eigenmarke von der Goodiebox und hier steht nicht mehr drauf. Also. Comdé, bitteschön. Ich lasse sie mal eben zu. Zeige euch aber. Es ist halt wirklich nicht mehr drauf. So. Wie das Börschen aussieht. Und zwar haben sie hier den Wert drüber geschrieben. Also so ein bisschen könnt ihr es aber sehen. Es ist ein unscharfes Börschen da. Sehr schön. Es ist ein kein Silikonbürstchen. Ein Ich habe euch gesagt. Okay, beim dritten Produkt wird es richtig professionell. Gott, entschuldigt. Wie viele haben schon weggeschaltet? Das könnt ihr mir nicht beantworten, weil ihr weggeschaltet habt. Das Börschen ist auf jeden Fall geschwungen. Es ist kein Silikonbürstchen, denn das andere Wort fällt mir gerade nicht ein. Und es ist eine schwarze Mascara. Comdé ist die Eigenmarke von Goodiebox. Habe ich euch schon gesagt. Mag ich gern. Da sind auch echt gute Produkte dabei. Zum Beispiel die Gesichtscreme. Ist eine der wenigen, die ich benutzen kann. Weil meine Haut sonst gerne nachölt. Bei der nicht. Sehr schön. Also gehe ich davon aus, dass die Mascara auch gut ist. Dann haben wir etwas von Sarko Beauty. Achso, ein Eyelash Curler. Oh, ein bisschen schade. Sarko Beauty finde ich eigentlich ganz cool. Ich habe Pinsel in der Nähe. Somewhere hier. Und ich habe Parfüm machen die auch. Oder Ähnliches. Handcreme. Handcreme, die so geil gerochen hat. Das war es. Fand ich super. Ein Wimpern, einen Wimpernzinger benutze ich allerdings nicht. So sieht die aus. Sie ist aber wunderschön. Muss ich zugeben. Ungewöhnlich, dass das Polster- Silikon-Gummi-Dingens, so heißt das, weiß ist. Das wird dann sehr schnell dreckig. Aber andererseits siehst du dann auch, was du tust. Ich weiß nicht. Es fühlt sich tatsächlich hochwertig an. Es ist ziemlich dick. Es ist ja auch doppelt. Seht ihr das? Also das sind immer doppelte Stränge. Dadurch fühlt es sich sehr stabil an. Vielleicht freut sich da jemand drüber. Aber ich benutze es nicht. Ich muss mal schauen, ob sich da jemand drüber freut, ob ich da jemanden kenne. Und irgendwie ist auch die Verpackung zu klein dafür. Das war eben schon ausgebeult. Ach, mir fällt gerade auf, ich habe das gar nicht aufgeschnitten. Das war schon offen. Da ist so ein Kleber drauf. Das war schon offen. Okay. Eine Wimpernzinger. Ich lese dazu jetzt nicht wirklich noch irgendwas vor, oder? Es ist eine Wimpernzinger. Eine hochwertige, das muss ich dazu sagen. Und dann haben wir noch was Hochwertiges, was den Preis der Box auf jeden Fall hochschrauben wird. Ein Avant-Produkt. Du bist ein Mikroalgen-antioxidatives Augenserum. 15 Milliliter haben wir hier. Ich denke, ich werde es sehr gut finden. Das hat so einen schönen, wie hat es nicht, Applikator, wollte ich sagen. Oh, das ist ein ganz anderer Applikator. Schaut mal. Ih, wieso kommt da schon was? Okay, dann können wir gleich mal testen. Den Preis habt ihr gesehen. Dann könnt ihr euch ausrechnen, wie viel Euro ich jetzt hier auf meiner Hand habe. So sieht es aus. Bisschen milchig, aber ja, das riecht gut. Das riecht gut. Das möchte ich mir abends auf mein Auge oder auf mein Gesicht machen. Und dann fühle ich mich wertvoll. sonst auch. da fühlt man sich gut. Einfachstes Wort dafür. Das finde ich gut. Zum Schlafen, da fühle ich mich richtig, wie meine Beauty-Routine wurde angewandt und jetzt kann ich schlafen und sehe morgen erneuert aus. Das finde ich gut. Ein Augenserum und es ist super teuer. Sehr schön. Okay, da haben wir es. Ich muss gleich noch mal schauen, wie das Motto gemeint war. Best Friends oder so. Echte Helden, die dich retten im Alltag und so. Mal schauen mal. Dann haben wir nämlich schon das letzte Produkt. Das Ding ist leer. Keep it cool Cooling Shampoo. Oh, da habe ich auch was Kleines zu erzählen von Thwop. 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 75 ml Thwop. Das O kommt zuerst. Erlebe die Kraft dieses sanften, dennoch effektiven Tippfehler. Kopfhautpflege. Das Shampoo ist mit milden Reinigungsmitteln formuliert, um die Kopfhaut gründlich zu reinigen. Angereichert mit Inhaltsstoffen, die das Wohlbefinden der Kopfhaut und gesundes Haar fördern. Stärkt es. Die Kopfhaut reduziert Juckreis und lindert Irritation. Menthol. Erfrischendes, kühlendes Gefühl. Vegane Formel. Feuchtigkeit speichern und gegentrockene Kopfhaut. Ich muss mal schauen, ob ich das benutze. Erstmal, wenn das Feuchtigkeit speichert, ist es an sich gut für die Haare. Ist klar. Aber ich habe immer Angst, dass die so schnell fetten hier oben. Deshalb bin ich da ganz vorsichtig. Und ich habe gerade von Rituals diesen Cooling Duschschaum benutzt. Und der ist wirklich Cooling. Da ist auch Menthol drin. Und meine Haut war so kalt und ich habe das dann warm abgeduscht und es war trotzdem so kalt. Es war richtig, wenn du nach dem Sport dich runterkühlen willst, ist das glaube ich genau richtig. Es ist diese silberne Reihe. Ein Samurai war das glaube ich. Und dann aber ein Coolingschaum. Und es hat wirklich, es war so viel Menthol drin. Meine Haut war richtig, als ob du dir Hustensalbe draufreibst und es wird dann so kalt und brennt in den Augen. Es war genauso mit diesem Duschschaum. Und dann habe ich es abgemacht und dann hatte ich es an den Händen und ich habe es immer noch gemerkt und es ist einfach nicht meins. Also wer es mag, fein ist es gar nicht meins gewesen. Und jetzt habe ich ein bisschen Angst vor diesem Shampoo. Und das am Kopf, weiß ich nicht, vielleicht teste ich es aus Neugierde und bereust dann und gebe euch dann Bescheid. Das wäre doch schön für euch, ne? Das wäre doch schön für euch. Ja, schauen wir mal. Das war unsere Augustbox. Ganz aktuell. Wir haben Beauty Best Friends. Okay. Best Friends, Lebensretter und für den Alltag. Ich verstehe das Thema. Ja, ich verstehe es, denn wir haben eine Face Cream, wir haben was für die Wimpern, dann eine Mascara. Das sind so wirklich die grundlegenden Sachen, ein Creme, Mascara, Wimpern. Also, andersrum. Aber ich bin gerade schon weiter im Kopf. Also erst Curl, dann die Mascara rauf, bitte. Shampoo braucht man auch, bitte nicht täglich. Also, ja, wenn ihr es braucht täglich, dann ist das so, aber es ist schöner für die Haare, das wirklich selten zu machen. Und ich weiß, es ist total schwer. Ich habe den Corona-Lockdown genutzt und habe meine Haare entfettet. Das hat acht Monate gedauert und jetzt käme ich sie. Jetzt wasche ich sie nur noch einmal die Woche. Deshalb bin ich da auch so vorsichtig mit, neue Sachen auszuprobieren. Das ist jetzt Tag 3 und die sind noch frisch. Also, da kannst du noch nichts sagen. Und das will ich mir nicht wieder versauen. Es hat aber acht Monate gedauert. Dadurch, ja, natürlich brauchst du auch ein Shampoo, wenn möglich nicht jeden Tag. Und was brauchen wir noch? Augenserum für abends. Morgens trage ich mir kein Augenserum auf. Okay. Das sind Sachen, die man gebrauchen kann. Hier kommt der Gesamtwert. So, bitteschön. Da habt ihr ihn. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und wenn ihr ein normales Abo habt, hat es sich gelohnt. Und wenn ihr den halben Preis für die Welcomebox bezahlt, habt ihr eben einen anderen Wert, den ihr dann seht. Habe ich euch eingeblendet. Ja. Cooling, es ist ja August. Dann ist dieses Cooling Shampoo vielleicht ganz cool. Sonst. Es ist jetzt keine Box, die mich umhaut. Tatsächlich. Highlight ist die Augencreme für mich, das Augenserum. Und dann schauen wir mal weiter, was da noch so kommt. Ist jetzt, ist nicht schlecht, aber es ist auch keine Highlightbox. Was sagt ihr? Ich bin gespannt. Und dann sehen wir uns bald wieder zur Septemberbox. Ist schon auf meinem Profil, könnt ihr gerne raufschauen. Und dann zur Oktoberbox. Die kommt bald. Genau. Danke fürs Zuschauen. Gebt mir mal Bescheid, was euer Favorit ist, was ihr sagt zu der Box. Und dann. Und. Sagt mir bitte, was für eine Box ihr bekommen habt. Weil ganz oft variieren jetzt die Boxen, also außen die Verpackung. Auf dem Link sah es jetzt so aus wie meine. Aber vielleicht habt ihr eine andere bekommen. Und ich bin da immer ganz neugierig drauf, ob es auch noch welche gibt, die ich noch nicht habe, weil ich habe schon ein paar. Das könnt ihr mir gerne mal sagen. Und dann sehen wir uns bald wieder. Dankeschön fürs Zuschauen. Lasst euch nicht ärgern. Ciao.